Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Wir wollen uns heute ansehen, jünger, finsterer Götter, für das Warhammer 40k Schattenjäger-Rollenspiel, mittlerweile herausgegeben von Ulysses Spiele. Viel Spaß! Ja, das Buch präsentiert eine ganze Menge Inhalt auf den mehr als 260 Seiten. Es ist echt viel. Sieben Kapitel unterteilt. Wir haben Kapitel 1, den Schatten des Tyrannsterns. Das sind viele Handouts. Ihr könnt es dann sehen von Seite 8 bis 21. Viele, viele Handouts zu dem Tyrannstern. Die schauen wir uns gleich mal an. Ansonsten geht es dann um die Ordos, also vor allem die großen Heretikos, Xenos und Maleos. Da schauen wir uns gleich mal die Orden an. Die werden dann mal kurz erklärt. Und dann geht es um beispielhafte Gegner, die dann hier auf die Akkoluten treffen könnten. Wir kümmern uns um den inneren Feind. Also wenn sich die Organisation des Imperiums gegenseitig im Weg stehen. Und dann auf der nächsten Seite, Kapitel 6, die Gejagten des Imperiums. Ein paar gesuchte Ketzer, sieben Stück sind es hier. Und ganz am Ende das Haus von Staub und Asche. Das ist ein Abenteuer, was dann hier auch noch einmal mit vielen Seiten zu Buche schlägt. Und das kann dann eben im Anschluss daran gespielt werden. Oder eben auch komplett unabhängig als etwas längerer Fuse-Shot, den man dann den Akkoluten präsentieren kann, wenn sie denn das nötige Powerlevel erreicht haben. Ja, Kapitel 1, im Schatten des Tyrannensterns. Er hat weiterhin die Eintragung Obscuro. Man weiß also auch in diesem Buch nicht wirklich, was das damit auf sich hat. All das muss sich noch im weiteren Verlaufe dann erklärt werden. Der Spielleiter kann dann hier die Wahrheit selbst definieren. Das heißt, ihr könnt dieses Buch ohne Probleme in die Hände eurer Spieler legen. Die können sich das durchlesen, die können sich das angucken. Es ist nicht wirklich klar definiert, was dann jetzt hier die Wahrheit ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Inquisition rätselt selber genau, worum es nicht nur hierbei geht, sondern auch bei den verschiedenen anderen Gegnern in den anderen Kapiteln. Es werden drei, vier, manchmal fünf Möglichkeiten präsentiert, was es dann damit auf sich hat. Warum dann die Leute so handeln, wie sie handeln. Ob sie schon tot sind, ob sie noch leben, ob sie irgendwo dazwischen sind. Und all das ist die Wahrheit der Spielleitung, die dann am Tisch erschaffen wird für die jeweilige Gruppe. Das kann sich von Gruppe zu Gruppe unterscheiden. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr könnt es dann hier auch auf der linken Seite einmal sehen. Ein kurzer Text, der uns dann hier diesen Tyrann-Stern noch einmal erklärt. Und auf der rechten Seite geht es dann los mit den Handouts. Die können dann im Verlauf des Spiels auch durchgetauscht werden. Ihr könnt hier eine ganze Menge von diesen Handouts erkennen, die man dann auch austeilen kann. Genauso wie sie dann hier sind. Einfach Fotokopieren oder eben dann ein Screenshot davon machen und dann den Spielern als Möglichkeit an die Hand geben, um damit ihre Ausbildung zu beginnen, beziehungsweise um ihre Forschung damit zu beginnen. Und das gefällt mir sehr gut. Dann geht es weiter mit einem sehr kurzen Kapitel mit vielen Handouts, mit dem Ordon Hereticus. Das Wesen des Feindes. Es wird zunächst einmal erklärt, was der Ordo Hereticus macht, was seine Aufgaben sind. Es geht natürlich um den Ketzer, so wie er definiert ist. Es geht um Ketzerei im Denken und am Glauben, um die Sünde, vor allem aber um die Sünde des Menschen. Um Widerstand gegen das Imperium, wie auch immer das definiert ist. Teilweise auch um Hexen oder Hexer und die Psyoniker, um Mutanten, die in irgendeiner Art und Weise nicht geduldet werden. Und all das ist dann der Orden Hereticus. Es wird hier, wie gesagt, noch einmal sehr, sehr lang und ausschweifend erklärt, sodass man dann ein gutes Bild davon hat. Ich kündige es einmal schon mal hier an. Wer noch viel mehr über diese Orden wissen möchte, der kann sich dann einen Podcast von Saishiroa und mir dazu anhören. Dazu dann einfach dem Link folgen. Ich habe das Ganze dann nochmal verlinkt für euch. Dann findet ihr das Ganze und da haben wir uns dann eineinhalb Stunden über quasi dieses Thema ausgetauscht. Also nicht nur über Hereticus, sondern auch über Xenos und Maleus. Und auch über die Fraktionen, die dann Amalitaner sind, die Torianer und so weiter, wie sie alle heißen. Kommen wir da später nochmal zu. Ja, vor allem geht es dann auch um die Kulte. Es gibt überall mal wieder schöne Bilder, die passen stilistisch nicht immer zueinander. Aber sie sind alle sehr Warhammer-esque, würde ich sagen. Ihr könnt es dann hier einmal rechts sehen, diese Schwarz-Weiß-Zeichnung mit den Totenschädeln. Oder einmal links unten in Farbe, sehr dunkel gehalten. Das ist das, wie ich diesen Stil von Warhammer mag. Wie gesagt, sie passen nicht wirklich zueinander. Einige Zeichnungen sind halt schon fast 30 Jahre alt, andere dann eben 10 oder 20 Jahre alt. Aber sie passen zusammen in dieses Buch und das gefällt mir dann doch irgendwo. Ja, Blutkulte, Leichenfresserkulte, Todeskulte des Imperiums. All das wird hier vorgestellt. Ich hatte es ja schon erwähnt. Und wer wissen will, was der Heretikus tut oder was er nicht tut, der ist dann hier richtig aufgehoben. Ja, die Tempeltendenz. Eine von diesen verschiedenen Gegnern. Ich werde das nur ganz kurz zusammenfassen. Hier geht es dann darum, dass die Ekklesiarchie von unten unterwandert werden soll. Das hat mit verschiedenen Strömungen zu tun, mit verschiedenen Zielen und Geboten. Teilweise nicht so sehr ketzerisch. Es kann auch sein, dass es mal ein sehr radikaler Inquisitor ist, der dann diese ganze Tempeltendenz unterstützt. Aber es geht so ein bisschen darum, dass man die Idee von Sebastian Thor, so wie die Ekklesiarchie heute aufgebaut ist, nachdem dann es eine Revolution gab im 34., 36. Jahrtausend, so dazwischen, als dann die Bräute des Imperators Gauche-Vandir gestürzt haben. All das wird dann hier erklärt und diese neue Ekklesiarchie soll ein bisschen unterwandert werden. Das ist so das Ziel von diesem Kult. Ja, die Logiker sind eine Fraktion, die einem dann auch bereits im Schnellstarter zu Warhammer 40k Schattenjäger dann begegnen. Das ist eine Tech-Sekte, möchte ich sie nennen, die dann in verschiedenen Zwischenfällen ihre Finger mit im Spiel hatte. Es geht dann auch darum, dass man verbotene Technologie einsammelt, die dann auch vor allem den Ordomechaniker stört. So ein bisschen KI, so ein bisschen verfluchte Mechaniken, ein bisschen eigenständige, dämonisierte Artefakte. Also man kann das nicht ganz fassen, was die alles wollen, was die alles können. Aber es gibt dann hier auch noch schöne Tabelle. Es gibt dann, wie gesagt, auch immer noch schöne Gegner, Beispielgegner, was die dann eben alles so können. Und dann wird eben auch noch einmal dieser Logiker-Orden hier zusammengefasst. Die Eisernen Tetrarchen, wie ist der Kult aufgebaut, was sind seine Ziele und wer steht ihm eigentlich vor, wenn ihm überhaupt jemand vorsteht. Also das wird dann hier noch einmal thematisiert. Und wir gehen weiter zum nächsten Kult. Die bleiche Schar, das ist ein sehr offen ergehrender Kult, möchte ich meinen. Da geht es dann vor allem darum, dass man gegen Mutanten kämpft. Das ist ja auch so Teil der Hereticus-Ausbildung, dass man dann Mutanten erkennt. Es gibt auch einige, die haben Probleme mit Psionikern, auch wenn viele von denen mittlerweile anerkannt werden. Vor allem, wenn sie dann auch eine Ausbildung beim Imperium genossen haben und nicht als Hexter irgendwo herumlaufen. Aber es gibt ja auch andere Mutationen, die dann durch Umwelt oder so etwas erstehen. Gerade wenn man dann auf einem Planeten mit giftiger Atmosphäre arbeitet oder tief in den Minen oder mit irgendwelcher radioaktiven Strahlung, dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass man mutiert. Nicht jede Mutation wird geduldet, gerade wenn einem dann ein drittes Auge wächst an Stellen, wo es nicht sein sollte. Oder wenn einem Tentakel aus dem Arm sprießen. Oder irgendwelche Punkte wachsen, die dann nicht hingehören. Irgendwelche Stachel, irgendwelche Dornen. Ja, all diese Leute können sich unter der bleichen Schar sammeln. Und dann sollte man gegen die Kämpfen wirklich infiltrieren, kann man sie glaube ich nicht. Das ist ein bisschen schwieriger, wenn man selbst als Akkolut keine Mutation aufweist. Aber man kann dann hier eben sehr direkt gegen diese bösartigen Kreaturen, die gegen diese Monster kämpfen. Ja, der Kult der Nacht ist ein bisschen schwieriger zu infiltrieren. Das würde hier natürlich gehen, aber da geht es dann so ein bisschen um Assassinen. Inwiefern jetzt Assassinen vom Glauben abgefallen sind. Es gibt ja dann auch den geduldeten Assassinenkult, beziehungsweise nicht nur geduldet, sondern eben auch ausgebildet für das Imperium, die dann eben Imperatorferne Leute töten im Auftrage vom Adeptus Terra oder so etwas. Und ja, es gibt dann eben auch den Kult der Nacht, der abgewichen ist von diesen Idealen, von diesen Zielen. Und der bringt dann wahllos Leute um, um dann dem Gott des Todes zu huldigen. Oder aus ganz anderen Motiven, wenn sie dann einfach nur nach Geld suchen oder was auch immer da dann passiert. Aber diese Leute, diese Assassinen, sind natürlich auch so ausgebildet, dass sie nicht gefangen werden wollen. Daher ist das gerade für sehr junge Akkuluten oder auch für sehr junge Inquisitoren, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, gegen so ein Kult dann zu kämpfen. Gerade wenn der in den Schatten sitzt und dir dann von hinten mit einem Sturmgewehr in den Kopf schießt oder mit einem Präzisionsgewehr. Ist ein bisschen schwieriger, aber auch dieser Kult wird vorgestellt. Und wenn ihr gegen die kämpfen wollt, gegen die ziehen wollt, dann wäre das hier eben auch möglich. Weiter geht es mit dem dritten Kapitel, dem Ordo Xenos und dem kalten Handel von Xenos-Artefakten, der unvergänglichen Syndikaten, dem Bestienhaus und die Kryptos. Ich werde da mal wieder ein bisschen schneller drüber fliegen. Wie gesagt, ich möchte hier nur ganz grob vorstellen, wie man sich dieses Buch dann vorstellen kann, was so alles drin ist und was nicht drin ist. Xenos sind quasi all diejenigen Nicht-Menschen, all das, was irgendwie tierisch ist oder auch Alien-Intelligenz besitzt, all das, was nicht aus dem terranischen Subsektor kommt, das sollte als Xenos klassifiziert sein. Und der Ordo Xenos jagt dann eben diese Kreaturen. Großes Problem ist dann auch irgendwelche Überbleibsel, irgendwelche mechanischen Konstrukte, irgendwelche Artefakte, die dann auch über Freihändler gehandelt werden, über die Rogue-Trader, die dann von Adeligen auf Welthand gekauft werden für viel, viel Geld, dass da den Besitzer wechselt oder auch Einfluss, der dann in die Hände von irgendwelchen Räubern und Schmucklern fällt. Man braucht da ja auch nicht unbedingt eine Lizenz für. Freihändler können eh immer machen, was sie wollen. Aber gerade wenn es dann Schmuggler sind oder Imperiums eigentlich treue Leute, die dürfen sowas dann ja nicht tun, die dürfen damit nicht handeln, aber vielleicht trotzdem, wenn das Geld dann an der richtigen Stelle sitzt. Das unvergängliche Syndikat ist dann ein Beispiel für solche Händler, die man nicht unterschätzen sollte, weil sie nicht nur Geld haben, sondern wie gesagt auch Einfluss, auch viel Technologie. Nicht alles wechselt dann vielleicht den Besitzer, sondern gerade wenn man ein besonders mächtiges Artefakt unter seinen Händen hat, dann will man das vielleicht auch behalten. Also sollte man dieses Syndikat nicht unterschätzen. Das Bestienhaus ist eine Organisation, die ich sehr interessant finde. Es gibt viele verschiedene Bestienhäuser. Man kann sich da so ein bisschen vorstellen wie ein Zirkus, wo dann ja vor allem dann auch die Metropoliten Wesenheiten zu sehen bekommen, die dann vielleicht auch getötet werden. Hier ist es eher andersrum. Das sind dann Bestien, die nicht geduldet sind. Und die man dann zwar auch in einem Zirkus präsentiert, aber das nicht sehr offen tut, sondern in verborgenen, geheimen Schluchten, auf vergessenen Planeten, wo man dann anreisen muss, um diese Bestien zu sehen. Die werden von überall her gefangen. Teilweise sehr groß, sehr blutrünstig, für die Menschen sehr gefährlich. Und wenn dann Menschen gegen diese Bestien kämpfen, dann geht es eben nicht darum, dass diese Bestien getötet werden, sondern es geht darum, dass diese Bestien den Menschen zerreißen. Und ja, gerade wenn man auch in diesem Bestienhaus ermittelt, könnte es sein, wenn man zu viel herausfindet, dass die Akkoluten gefangen genommen werden und sich dann selbst in so einer Arena wiederfinden und gegen einen großen Karnodon oder so etwas kämpfen dürfen. Ja, sehr spannend, sehr interessant. Viele hübsche Bilder, die das Ganze unterlegen. Und da macht es auf alle Fälle viel Spaß, den Ordo Xenos mit Akkoluten zu bestücken und dann gegen dieses Bestienhaus zu ziehen. Ob es das Bestienhaus gibt oder nur viele verschiedene überall herum und auch ein Bestienmeister, all das ist dann dem Spielleiter wieder überlassen und ja, erregt dann zum Nachdenken an. Die Kryptos finde ich ein bisschen schwierig. Das sind so ein bisschen Seelenkreaturen, Geistwesen, die dann in Menschen einfahren können, die ihre Erinnerungen übernehmen können. Hat mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kryptos finde ich ein bisschen lahm. Es sind einfach wirklich Geister und Seelenwesen, die durch die Galaxie reisen und dann Körper übernehmen und du kannst da wenig gegen tun. Es sind dann Wesen, die andere Menschen nicht mögen. Das heißt, wenn sie dann einen anderen Menschen übernommen haben, dann kapseln sie sich so ein bisschen ab. Das heißt, das sind dann irgendwie Einsiedler oder sowas. Aber selbst wenn du die dann gestellt hast und du hast die menschliche Hülle erschossen, dann können die Kryptos-Geistwesen eben ja trotzdem weitere Körper übernehmen und sind dann nicht direkt tot, sondern können dann weiter einfahren. Da braucht man sehr spezielle Waffen für. Hat mir, wie gesagt, nicht wirklich gefallen. Aber wer sich die ganzen Sachen hier nochmal durchlesen will zu den Kryptos, der kann sich das anlesen. Ich finde, es eignet sich nicht wirklich, um damit dann gute, lustige Plots zu stricken. Aber das sei jedem selbst überlassen. Ja, die Halo-Geräte, das sind kleine Kügelchen, Xenos-Artefakte, Xenos-Geräte, die man ab und zu mal findet und die dann Unsterblichkeit versprechen. Finde ich ganz nett gemacht. Wenn man irgendwelche Wunden trägt oder sich auch selbst welche zufügt, dann kann man Halo-Geräte einsetzen, die dann mit dir verwachsen und die dann dein Leben verlängern, dich quasi unsterblich machen und dann aber auch nicht mehr von deinem Körper getrennt werden können. Die verwachsen dann wirklich mit dir. Diese Kugel wächst dann in deinen Bauch ein oder in deinen Arm, je nachdem, wo du sie eingesetzt hast, und verändert deinen Körper. Das mag zunächst noch ganz interessant sein, dass man da mit Unsterblichkeit geködert wird. Aber wenn sich dann der Körper verändert und auch die Seele langsam entrückt wird und man zu einem Ding wird ohne eigenen Willen und man dann fremdgesteuert wird, dann ist das quasi auch nicht wirklich was wert. Trotzdem, diese Unsterblichkeit reizt viele, viele Leute, viele Adelige, die dann Freihändler wieder dazu bezahlen oder eben auch Schmuggler, diese Halo-Geräte zu organisieren. Auch dieser Schmuggel sollte bitte unterbunden werden. Ja, der Fluch von Solomon, das ist ein bisschen schwierig. Da geht es dann um eine Bestie, um einen Mythos, eine Kreatur. Niemand weiß, was genau ist. Es könnte auch sein, dass Arbeiter verschwinden und man sich einfach aus diesem verschwundenen Arbeiterkreis eine Geschichte entsponnen hat, die dann mehr und mehr wahr geworden ist. Es könnte auch sein, dass dann eine ganz profane Mafia oder so oder eine Unterwelt-Gang ihre Finger am Spiel hat und die dann einfach nur diesen Fluch von Solomon für sich benutzt. Was es am Ende ist, das ist, wie gesagt, eine dieser vielen Wahrheiten, die der Spielleiter für sich selbst benutzen kann, titulieren kann. Vielleicht ist es eine Xenos-Kreatur, die aus einem Zoo, aus einem Tiergarten ausgebrochen ist und die sich jetzt irgendwo in Solomon verschanzt. Was es am Ende ist, muss der Ordo Xenos herausfinden. Alles sehr diffus. Es wird wieder viel in den Ring geschmissen, mit dem der Spielleiter arbeiten kann. Und die Wahrheit bestimmt am Ende er oder sie. Dann gucken wir uns den Ordo Maleos an. Wenn wir gegen Dämonen ziehen müssen, der in meinen Augen vor allem dann auch für hochstufige Heldinnen, für hochstufige Akkoluten und Inquisitoren geeignet ist. Wir schauen uns mal die Chaos-Rituale der Hexerei an. Ja, es gibt wieder viele neue Regeln. Es gibt viele neue Psy-Fähigkeiten, die man dann auch nicht sanktionierten Psyonikern in den Raum stellen kann, wenn man das dann machen möchte. Die man aber auch NPCs in die Hand drücken kann, wenn man dann eben gegen Hexer in den Ring zieht. Hexerei beißt sich, wie gesagt, so ein bisschen mit dem Ordo Maleos und dem Hereticus. Ab wann ist es die eine, ab wann ist es die andere Organisation. Und in diesem Fall hat man sich für die Hexerei dann in diesem Band entschieden, das in den Maleos einzuordnen und die Dämonen dann hier zu beschwören. Also wer da dann auch nach neuen Fähigkeiten sucht, die er dann den feindlichen Psyonikern in die Hand drücken will, der kann das hier in diesem Band, in diesem Kapitel tun. Ja, was kann man dann für Kreaturen beschwören? Welche Rituale müsste man befolgen? Und was passiert, wenn man es nicht klappt? Finde ich wieder ganz cool. Ich arbeite gerne mit diesen Tabellen. Ich lasse mich da gerne inspirieren, was da so alles passieren könnte. Und ich mag das sehr gerne. Müsste man sich eben rauskopieren, damit man die dann griffbereit hat. Oder auch ein Lesebändchen reinfügen, damit man das dann schnell findet, wenn es dann zu dem Einsatz von Ritualen im Spiel kommt. Die Pilger von Hyde lässt sich ziemlich schnell zusammenfassen, wenn man sich den ersten Satz durchliest. Ein apokalyptischer Mordkult, der heimtückisch und grausam ist, der auch wieder ein bisschen unterwandert, der Graultaten begeht, überall im gesamten Sektor und dies aus irgendwelchen Dingen tut, der mal gezielt tötet, der versucht, den Glauben des Imperiums niederzureißen und der versucht dann eben auch, die Diener des Gott-Imperators zu töten. Ja, da kann man tatsächlich auch mal infiltrieren, da kann man dann seine Akkoluten versuchen einzuschleusen. Ist natürlich gefährlich, aber das macht sicherlich sehr viel Spaß, wenn man dann an den Grenzen dieses Chaos-Kultes operiert und dann mit dem achtzackigen Stern konfrontiert wird. Wenn man dann die Ausgesprochenen groß und übel hört, Nurgle, Slanish, Korn und Siege, und wenn man dann vielleicht auch selbst seine Seele verliert und dann von einem Doppelagenten zu einem Kultisten wird. Das könnte sicherlich sehr interessant sein. Die Pilger von Hyde. Ja, der Atheanismus, da geht es dann, wie gesagt, darum, dass Wissen oftmals verboten ist und Unwissenheit ist eine Tugend, keine Sünde, sondern eine Tugend. Ja, wer zu viel Wissen gesammelt hat, wie das eben auch bei Julius Atheanos der Fall war, der könnte sich in diesem Wissen verlieren, der könnte zu einer sehr bleichen, ausgemergelten Gestalt werden. Und wenn man dieses Buch von Atheanos in die Hand bekommt, dann ist es sicherlich zu spät und man ist verloren. Ein großer Band mit Gelüfen geschrieben, auf gräuldenem Papier, mit irgendwelchen Siegeln drauf, Siegeln, es ist eine ganze Menge in diesem Buch. Aber unabhängig auch von diesem Buch speist sich dann der Atheanismus von anderen wissensbegierigen Leuten. Da hat sicherlich dann auch Zinsch seine Hände mit im Spiel. Da ist dann sicherlich auch wichtig, dass man diese Weisheiten, diese Bücher, diese Kultgegenstände verbrennt oder auch wegschließt, damit sie dann nicht in die Hände von unschuldigen Bürgern des Imperiums gelangen. Der Atheanismus. Die Brüder der gehörten Finsternis, ja, dieses Bild, da finde ich ein bisschen lächerlich. Das ist auch noch irgendwo Warhammer-esque, aber ich kann damit nicht viel anfangen. Es stammt an einer sehr frühen Mohammer-Zeichnung und vielleicht ein bisschen überdreht. Die Brüder der gehörten Finsternis, es geht da zentral um den Dämon Balfomail, der viele Kultanhänger um sich geschart hat, mit denen er spielen kann, die er teilweise auch wie eine Katze dann tot quält. Er verspricht seinen Kultanhängern viel Macht, viel Wissen. Sie sind auch wieder sehr intrigant und können dann das Imperium unterwandern. Auch das ist wieder so ein großes Ziel, was Balfomail hat. Es gibt dann auch verschiedenste Wirkkreise, unter anderem dann auch die großen Habstädte, Habblöcke. Vielleicht ist auch der Dämon zu vernichten. Man ist sich nicht ganz sicher, wie er entstanden ist. Es könnte sich um einen großen Warpress handeln, der mitten in einer der unteren Habstädte klafft. Könnte also sein, dass man diesen Warpress versiegelt, wie auch immer das gehen soll. Aber nur diesen Kult auszulöschen reicht nicht, weil Balfomail weiterhin irgendwie es schafft, in unsere Realität vorzudrängen. Und da müsste man sicherlich auch sehr, sehr lange für arbeiten, dass man dann die Bruderschaft der gehörenden Finsternis ausschalten kann. Aber dies ist sicherlich ein Ziel, was der Ordoma Leos irgendwann bewerkstelligen kann, wenn denn gute Akkoluten und Thronagenten mitmachen. Die verruchten Gelehrten von Papa Nurgle. Ja, ich mag Nurgle unglaublich gerne. Es geht um Viren und Sporen, die lebendig geworden sind, die dann von einer einzigen Person erst mal Besitz ergreifen, so möchte ich es nennen. Es geht so ein bisschen auch um eine Zombieseuche. Also die Seuche, die Sporen breiten sich aus, infizieren dann über einen Zeitraum von vier Stunden bis zu mehreren Tagen, infizieren sie dann Stationen, Haarblöcke, Schiffe und Planeten. Und das breitet sich dann aus, mal länger, mal weniger lang und führt dann zu einem verrottenden Körper, zu aggressiven Individuen. Das ist dann tatsächlich diese Zombieseuche, in denen dann die Akkoluten herumlaufen können. Irgendwann verflüssigen sich dann die Körper nach einer gewissen langen Zeit. Das können mal zehn Tage sein, mal 20. Immer so lange, wie es der Spielleiter braucht. Und wenn sie sich dann verflüssigt haben in einem Rauch von irgendwelchen ekelhaften Insekten, von Schmeißfliegen und von Maden, dann reißt der Warp und die Realität auf. Und dann scheinen die verruchten, gelehrten Sammelnproben, gucken, ob die Seuche mutiert ist, ob diese Zombies dann mal mehr, mal gute Genetik dann aufweisen. Und wir wollen das dann für neue Seuchenpfule benutzen. Unglaublich gut zu lesen, da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, zusammen mit diesen verruchten Gelehrten, mal ist es einer, mal sind es zehn, tauchen aber auch Nörgledämonen auf, die dann die restlichen, ja, die restlichen Leute auf diesem Planeten, auf diesem Schiff dann auslöschen, ausmerzen, wenn dann noch irgendwas existiert hat. Und da gibt es dann auch wieder schöne Handouts, schöne Berichte zu, wo man sicherlich sehr gerne, ja, die Spieler hineinschicken möchte. Die Menagerie ist natürlich ein Zinsch-Kult, wie ihr das dann noch in diesem Dämon erkennen könnt. Der blaue Vogel sollte dann allen diejenigen, die sich mit Zinsch auskennen, ein Begriff sein. Und die Inquisition weiß leider nicht so viel. Das gehört sich aber auch für einen guten Zinsch-Kult. Dann kennst du ein paar Dinge, wo der Zinsch-Kult mal aufgetaucht ist. Es geht dann vor allem auch um Sanatorien oder Armenhäuser. Es geht dann um den Abschaum der Menschheit, um den sich kaum gekümmert wird, um kleine Theater oder auch um, ja, Menagerien, wie auch eben der Name schon andeutet, um Ausstellungen, um irgendwelche, ja, künstlerischen Gestaltungstätigkeiten, wo dann dieser Zinsch-Kult Fuß fassen kann. Der Hof des strahlenden Königs. Ihr könnt euch mal diese Seite stoppen, also einfach mal auf Pause klicken und euch das dann mal durchlesen. Es ist eine ganze Menge an interessantes Maskenspiel dabei, der dann auch große Häuser in die Vernichtung treibt, wie es dann auch beim Hause Orsini der Fall war. Der Raum des Mordes gehört selbstverständlich zum roten Schädelgott, zum Schädeltron, zu Korn. Wie ihr dann auch an diesen rot angestrichenen Dämonen erkennen könnt. Und ja, wie man dann bei so einem Fall ermittelt, ist schwierig. Es gibt dann auch hier wieder Beispiele, Fallbeispiele, wie es in den letzten Jahren geklappt hat, den roten Raum oder den Raum des Mordes dann zu entdecken, Hinweise zu finden. Normalerweise sind das Familienväter oder Mütter oder Söhne, die dann sich nie etwas haben zu Schulden kommen lassen und die dann diesen Raum entdecken, der überall auftauchen kann. Sie haben die gleiche Tür wie immer geöffnet, aber plötzlich finden sie dahinter diesen Raum des Mordes und werden selbst zu einer Kreatur, zu einem Wesen und schlachten dann wahllos Freunde und Familienmitglieder ab. Bisschen schwierig zu ermitteln, ich mag Korn nicht, habe ich schon gesagt. Und ja, wer damit irgendwie arbeiten möchte, der kann das tun. Ich werde es allerdings nicht machen. Kapitel 5, der innere Feind, Zwietracht unter den weltlichen und den geistlichen Mächten. Was tut das Administratum, das Adeptus Terra oder die Ekklesiarchie, Adiabites? Wie fallen sie sich gegenseitig negativ auf? Ganz besonders spannend fand ich den Krieg der Worte, wo dann ein ganzes Planetensystem annektiert wird für eine Schreibstube. Und diese Schreiber haben Bibliotheken und Bibliotheken gefüllt, ganze Planetensysteme, neun Stück an der Zahl. Und dadurch, dass das alles so voll ist, wollte man jetzt wieder bei Planet 1 anfangen und Planet 1 abreißen und wieder mit einer neuen Bibliothek anbauen. Aber das gefällt denen auf Planet 1 natürlich gar nicht. Dementsprechend ist da so ein kleiner Krieg entbrannt. Das fing an mit irgendwelchen Hassreden beziehungsweise Hassschriften. Und mittlerweile heuert man auch irgendwelche Assassinen an, damit man sich gegenseitig umbringt. Also Planet 1 gegen Planet 9, der da gegeneinander kämpft. Also der Krieg der Worte, der da ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Finde ich sehr spannend, ja. Eine ganze Menge, die man dann hier lernen kann. Es geht dann aber auch vor allem, was viel spannender ist, wenn die Inquisition gegen die Inquisition kämpft. Ja, Ordos, Konklaven, Kabalen und Fraktionen. Darauf werde ich in dieser Rezension mal nicht drauf eingehen. Hier sei noch einmal erwähnt der Podcast von Seishiroa und mir, wo wir dann nicht nur über das Imperium reden, das Imperium der Menschheit, sondern gerade eben dann auch um die Ordos und die Konklaven und die Probleme, die sie miteinander haben. Es geht dann hier auch um die Radikalen und die Puritaner, um die Thorianer, um die Amalitaner, wie sie alle heißen. Die Istvania, Horusianer sind hier nicht dabei. Aber wie gesagt, wer diese Zusammenhänge alle verstehen will, der findet das alles in dem Podcast. Auch noch sonst mal in die Beschreibung gucken oder in die angeäfteten Kommentare. Da findet ihr mehr. Ich zeige euch einmal kurz im Kapitel 6 dieses schöne Bild und dann springen wir weiter, damit ihr euch einen Eindruck von deren Nemesis machen könnt, wie so etwas ganz grob aussehen kann. Ferran Garst wurde in dem vorherigen Kapitel bereits erwähnt. Das ist ein radikaler Inquisitor. Der wird von einigen auch als abtrünniger Gejagter gesucht. Andere wird vielleicht meinen, so schlimm ist er gar nicht. Er hat schon seine Motivation und er ist gar nicht so schlimmer Kultist, wie das beispielsweise Myrk Keller Cinderfell ist. Damit endet meine Rezension an dieser Stelle. Hier sind dann noch weitere Gejagte aufgegliedert. Magus Vartek, die brennende Prinzessin, viele weitere. Was heißt viele weitere? Es sind dann sieben Stück. Und danach geht es mit dem Abenteuer weiter, das Haus von Staub und Asche. Was ich euch hier, wie gesagt, nicht vorstellen werde. Wir kommen damit abschließend zu einer Bewertung dieses Buches. Ja, kommen wir bei diesem Quellenbuch zu der Zeichnung und dem Layout. Ich vergebe 3,5 von 5 Punkten. Die Zeichnungen sind, ja, das hatte ich schon gesagt, Warhammer-esk. Allerdings sind sie auch teilweise veraltet von wechselnder Qualität. Mal trifft das meinen Geschmack, mal trifft das den nicht. Aber ich kann hier auf gar keinen Fall die volle Punktzahl geben, weil wir da schon wesentlich bessere Zeichnungen mittlerweile gesehen haben. Und das Buch ist dann eher schwach gealtert. Also es gibt Bücher, die sind besser gealtert. Da sind die Zeichnungen auch immer noch okay. Aber ich muss sagen, hier hätte man ja vielleicht ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen können. Wie gesagt, die Zeichnungen passen teilweise nicht zueinander. Teilweise tun sie es dann doch. Sie sind zwar alle Warhammer-esk, aber dieser Stil hat sich dann eben in diesen 30 Jahren auch entwickelt. Das Layout, es ist halt dieses, ja, langweilige Rot mit dem I drauf. Das ist für Schattenjäger normal. Es sind aber sehr viele schöne Headouts dabei, die dann auch sehr verschieden gehalten sind und die sich dann hier über das ganze Buch hinwegziehen, die man dann kopieren kann oder seinen Spielern dann gibt als Missionsparameter. Sehr hübsch. Redaktion und Struktur, eine Struktur finde ich völlig in Ordnung. Da hat man sich Gedanken gemacht. Da gebe ich dann 3,5 von 5 Punkten. Ich muss leider Punkte abziehen. Vor allem bei der Rechtschreibung. Das Buch ist zwar schon ein bisschen älter. Das wurde mal von Feder und Schwert geschrieben. Nicht von Ulysses, sondern von Feder und Schwert. Aber die alte Rechtschreibung, die da teilweise immer noch benutzt worden ist, dass man dann aus einem CK bei einer Trennung ein KK macht oder dass man andere Dinge wie Musste nicht mit einem Doppel-S schreibt, sondern mit einem SZ, finde ich nicht okay. Auch damals, als das Buch geschrieben wurde, war die neue Rechtschreibung schon in Kraft. Und da hätte man sicherlich drauf achten können. Da muss ich Punkte abziehen. Das stößt mir sauer auf. Unabhängig von der alten und neuen Rechtschreibung und der Orthographie sind auch unabhängig davon, gerade zu Beginn des Buches, einige Fehler mir aufgefallen. Also da muss ich Punkte abziehen. Daher die 3,5 von 5. Recherche 5 von 5. Das ist genau das, was ich mir unter einem guten Quellenband vorstelle. Da sind viele Ideen gegeben, die ich benutzen kann, um mein Spiel dann auszugestalten, um mein Universum anzureichern mit guten Ideen. Und daher 5 von 5 Punkten und Bonuspunkte. Ich bin zufrieden mit dem Buch. Wie gesagt, bei der Rechtschreibung habe ich schon Punkte abgezogen. Ich vergebe bei den Bonuspunkten 4 von 5, weil das Buch nicht perfekt ist. Damit kommen wir am Ende auf 16 von 20 Punkten. Und damit bin ich zufrieden. Und so mit dieser Bewertung konnte ich mit den Bonuspunkten noch mal ein bisschen in die Richtung gehen, wo ich es dann eigentlich sehe. Und es ist, wie gesagt, 16 wert. Und daher gebe ich dann 4 von 5 Punkten, damit es bei den Bonuspunkten auf die Gesamtpunktzahl kommt. Damit bin ich zufrieden. Damit kann ich euch eine Empfehlung dalassen. Es ist okay, wenn ihr mit den Rechtschreibfehlern leben könnt. Und auch mit der mangelhaften Qualität der Zeichnung teilweise. Müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ihr könnt es auch als Spieler kaufen. Das braucht nicht nur der Spielleiter, sondern auch für Spieler sind da sehr interessante Sachen für mit dabei. Dementsprechend, ja. Als Printprodukt ist es mittlerweile sehr schwer aufzutreiben. Es gibt noch einige Altbestände bei Ulysses im Lager. Da könntet ihr dann zugreifen, vielleicht auch bei Ebay oder sowas gucken. Aber die Preise werden da mittlerweile auch sehr hoch gehandelt, weil die nicht mehr gedruckt werden. Aber als PDF ist es auf alle Fälle noch erhaltbar. Und ja, damit bin ich auf alle Fälle raus mit meiner Rezension zu die jünger, finsterer Götter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.